Ja, kennt ihr die Melodie noch? So, und ich stelle meinen Akzent jetzt auch auf ein schönes Wollendisch um. Ich bin Pina van die Eisblatt und jetzt herzlich willkommen bei der Reisenskriege. So, und wollen wir mal sehen, wer jetzt unsere erste Kandidat ist für die erste Runde. Sie sind Mensch, Anze, schön, dass du auch wieder mitarbeitest. Hallo. Hallo, entschuldigung, da habe ich dir jetzt fast das Mikro und die Zähne gestoßen. Was, das tut mir leid. Aber sie ist auch ein klein wenig aufgeregt, die Anze. Und noch mal herzlichen Applaus für meine Glücksbeante. Ganz beschissene Situation, oder? So, komm, wer ist denn unser erster Mitspieler, beziehungsweise erste Mitspielerin? So, es ist Beate Zing, du bist mit dabei. Großer Applaus für Beate. Ja, du darfst mal einmal mit hier nach vorne. Bleib einfach dann hier stehen. So, Anze, Anze, wer ist denn unsere zweite Kandidatin? Jetzt ist die Ingrid Walter, du bist mit dabei. Super, wir sind gleich hier natürlich. Was ist der von uns gesuchte Preis? Ich bin Einkäufer gewesen am Donnerstag, habe für das Menü, das wir heute hier gekauft, gekocht haben, habe ich ein bisschen eingekauft. Und für den zweiten Gang, der jetzt gleich im Anschluss an diese Spielrunde kommt, habe ich eingekauft. Einmal Salatmischung. Handelsübliche Packung, 350 Gramm. Ich habe Pfirsiche mitgebracht, die Bio-Pfirsiche, wollte ich nicht, sind viel zu teuer, habe ich welche aus Konserve genommen. 820 Gramm, Abtropfgewicht 425 Gramm. Und dann habe ich noch Hüttekäse mitgebracht. Hüttekäse, 200 Gramm im Becher. Das grüne Gewunkel könnt ihr euch da wegdenken, das kommt eh nicht mit drauf. Aber hier, weiß auf weiß, Hintergrund, hätte man nicht erkannt, hätte auch milchreich sein können. Deswegen habe ich hier die grüne Punkte einfach mit drauf genommen. Also, ihr müsst jetzt raten, was haben diese drei Zutaten zusammen gekostet. Und denkt dran, ihr müsst den Betrag dann in D-Mark wiedergeben. Ihr müsst also im Hinterkopf einfach mal 1,95583 rechnen, das bekommt ihr nicht. Ihr habt 30 Sekunden Zeit, euch den Preis zu überlegen. Und das Publikum kann auch ein bisschen mitrechnen. Und wir schauen mal, was da rauskommt. Achtung, 30 Sekunden, ab jetzt. Ach so, ihr dürft nicht gemeinsam überlegen, ihr tretet ja gegeneinander an, ne? Also jeder für sich. So, noch 10 Sekunden. Es wird gegrübelt im Publikum. Ja, was hat Salah, Wisch und Notze, D-Mark-Zeiten gekostet? Ja, ganz schwer. Wie alle. Du hast dir einen Betrag überlegt. Was glaubst du hat das Ganze denn, also alles zusammengerechnet, in D-Mark gekostet? Damals. Heute. D-Mark. Aber halt in D-Mark. In 7,98. 7,98 Mark. Antje, kannst du dir das mal, du klein und glücksfieh, kannst du dir das mal merken? 7,98 Mark hat sich die Beate ausgesucht. Frau Walter, was glauben Sie, ist der von uns gesuchte Preis in D-Mark? 3, äh, 3 D-Mark. 3 D-Mark. 3 D-Mark 50. Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Dann schauen wir mal. Wir lösen das Ganze jetzt auf. Was hat das denn alles gekostet? Also, die Salatmischung hätte heute 3,89 Mark gekostet. Die Pfirsiche in der Dose hätten 2,33 Mark gekostet. Und der Hüttenkäse, den kriegen Sie für 96 Pfennig. Wir kommen also zu einem Gesamtpreis. Ich habe mir das hier auch irgendwo aufgeschrieben. Wir kommen zu einem Gesamtpreis von 7,18 Mark. Und damit hat Beate deutlich, ist deutlich dran an diesem Preis. Frau Walter, vielen herzlichen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Aber noch ist nichts verloren. Sie können ja in der nächsten Runde einfach wieder gelost werden. Vielen Dank und nochmal einen herzlichen Applaus für die Frau Walter. Und ein herzlicher Applaus für die Beate Zink, die jetzt in unsere Schnellraderunde kommt. Wir machen jetzt ein kleines Quiz. Da geht es so um die Frau-Tagsfeier aus den vergangenen Jahren. Und um so Küchenkünste, sage ich einfach mal. Und da können Sie, du, Beate, ich, wir beide zusammen, können jetzt diesen Gesamtbetrag von 7 Mark und 18 Pfennig, den gibt es als Gewinn, wenn die drei Fragen richtig beantwortet sind. Ich habe das auch als Kleingeld, habe ich hier mitgebracht, das würde ich dann einfach auszahlen. Und wenn aber dann die Masterfrage noch richtig beantwortet wird, dann verdoppeln wir einfach den Betrag, zahlen den aber in Euro wieder aus, das heißt, es gibt trotzdem nur die Hälfte von dem, was gewonnen wurde. Und dann gibt es für den Tisch, für diesen Tisch hier vorne, wo du ja dran sitzt, würde es noch eine kleine alkoholische Überraschung geben. Deswegen, deswegen, aufgepasst, absolute Ruhe bitte im Publikum. Wir kommen jetzt zur Frage, Beate, bist du bereit? Dann kommt hier Frage Nummero 1. Du kannst hier gerne wieder mal nach vorne schauen, da kommt nämlich die Frage. Und zwar, erste Frage lautet, welches mit Alkohol angereicherte Getränk gab es einmal für starke, sowie für schwache Frauen zum allerersten Frauentagsdimmer im Jahr 2005? Es war eine spezielle Bohle, sagen wir es mal so. Schlammbole. Schlammbole. Schlammbole ist falsch, denn es ist Rumtopf gewesen, das tut mir leid. Es ist Rumtopf gewesen, es ist angesetzt worden bei zwei Familien. Es war Familie Zeretzke, es war Familie Richter. Der eine Rumtopf war ein bisschen zu schwach, der andere war ein bisschen zu stark und deswegen war das für schwache und für starke Frauen. Naja, schade. Also 7 Mark und 18 Pfennige kriegen wir jetzt nicht mehr zusammen, aber vielleicht ein bisschen was drunter. Deswegen machen wir lieber ganz schnell weiter mit Frage Nummer 2. Zu welcher Pflanzenfamilie gehört der Pfirsich? Der Pfirsich wird ja jetzt auch gleich eine Rolle spielen beim nächsten Gericht. Deswegen, wozu gehört hier der Pfirsich? Welche Pflanzenfamilie? Rosengewächs. Wir schauen mal, ob das stimmt. Rosengewächs ist wichtig! Super! Ganz, ganz toll gemacht. Jetzt hat die Beate Anlauf genommen, sozusagen. Auf die dritte Frage, die da heißt... Wie lange sollte ein gewöhnliches 3-Minuten-Ei normalerweise kochen? 5 Minuten, oder? Wollen wir das Ganze ein bisschen spezialisieren, also einen genauen Wert nehmen? 3 Minuten für 3 Minuten. 3 Minuten. 3 Minuten. 3 Minuten, letzte Antwort. 3 Minuten, sagt die Beate. Das tut mir leid, jetzt ist das Falsche, das sind 180 Sekunden. Schade! Ach, ja, Mensch. Ach, da hätte auch jetzt jeder drauf kommen können, aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit mit der Masterfrage, und ich erinnere noch einmal, wenn du die Masterfrage richtig beantwortest, dann gibt es für deinen Tisch Rumtopf. Also, eine abgewandelte Form von Rumtopf, nämlich die Burle, die wir am Anfang haben gemacht. So, deswegen, bist du bereit für die Masterfrage? Dann kommt hier die Masterfrage. Ach, spannend, mit Musik im Hintergrund. So, Achtung, geht los. Was wird aus diesen Zutaten zubereitet? Mehl, Eier, Milch, Salz, Zucker. So, manchmal kommt auch ein bisschen Backpulver mit dran, dann werden sie dicker, genau. So, was wird denn jetzt raus? Ich würde sagen, Pfandgut, manche sagen Eier. Also, das waren jetzt drei verschiedene Gerichte, die ich gehört habe. Was nehmen wir denn nun? So, also, pass auf, wir sind ja hier in Sachsen-Anhalt, ja, ehemalige DDR. Wie hat man das denn bei uns genannt? Eierkuchen. Eierkuchen. Wollen wir mal schauen, ob das richtig ist? Ja. Es sind Eierkuchen! Und damit, Beate, hast du gewonnen für deinen Tisch? Es gibt Alkohol und Salz. Sehr gut, liebe Beate. So, jetzt können hier die Küchenkräfte nochmal, Servicekräfte rangehen. Wir haben, glaube ich, zwei unterschiedliche, oder?